Der super nette, gutmütige Rikki kommt aus Ungarn und wurde dort als Kettenhund gehalten. Als er befreit wurde, waren die Ketten schon in seinen Hals eingewachsen. Sein rechtes Auge ist durch die schlechte Haltung auch trüb. Diese schrecklichen Erfahrungen halten ihn zum Glück nicht davon ab, sich in seine neue, liebevolle und nette Familie zu verlieben. Er benötigt noch etwas Erziehung. Rikki mag es im Auto mitzufahren und er versteht sich mit anderen Hunden und auch Katzen. Er freut sich auf Euch und auf sein schönes neues Leben. oh, 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 oh! oh, oh! oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020